Musik Schöne Grüße aus Mieze. Jerry und ich sind auf dem Weg nach Hamburg und sind schon schwer in der Vorbereitung auf den Workshop, den wir Samstag und Sonntag in Hamburg gehen. Ich zeige euch mal, was Jerry macht. Es ist nur am Arbeiten der Wand. Jerry, arbeite nicht so viel. Vorbereitung ist das halbe Leben. Musik 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 Ich weiß gar nicht, wie die Kamera hier funktioniert. Aber doch, ah, ist glaube ich schon an. Läuft schon aus. Ich bin mir nicht sicher. Aber bevor es jetzt läuft, was soll man denen jetzt erzählen eigentlich? Keine Ahnung. Wir erzählen ja einfach, dass wir in Hamburg sind und das ja Workshop machen. Das muss man schon erzählen. Ja. Genau. Also wir machen morgen, am Samstag und am Sonntag erst mal zusammen einen Workshop in Hamburg. Und dann vielleicht noch das Wetter ist schön und... Das Wetter ist super. Das ist eine Bombe. Das muss man ja nicht erzählen. Das ist Hamburgs. Ja, irgendwie. Weiß doch jeder. Das hier das Wetter immer super ist. Ja, kann man auch anders denken. Was erzählen wir jetzt? Workshop, Marketing, auf geht's. Ja. Okay, dann nehmen wir das jetzt mal auf. Mach mal. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.